Jetzt läuft er! Warte! Stopwatch! Supercharchar Alfdal Wir fangen mit dem Laden an Einmal draufdrücken Laden langsam, 3, 2, 1, rein damit Gucken wir, was wir hier hinten brauchen, das Stücke Da steht der Hänger Da steht der Hänger So, der machte das Die ersten 116 Supercharger, scheint gut zu funktionieren Direkt 116 Kilowatts 1 Minute nach dem Laden 1 Minute nach dem Laden 1 Minute nach dem Laden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1716 1716 155 Watt, das ist nicht viel Das ist nicht viel Es ist nicht viel, was wir jetzt machen? Was wir jetzt machen? 156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 158 167 16 mmmm Charter ist still going on pretty good das ist gut Jogi 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 hast du das? Jogi der? ja Jogi Jogi 116 116 stabil alles gut also wir brauchen mindestens 46 mindestens dann sind wir da oder mit 175 aus also nicht so süß aber wir müssen das ausprobieren das ist aber langweilig ja 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 das kommt mir egal das kommt mir egal hier ja 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 115 nur noch David aber stabil Oh oh, jetzt kommt er schon auf 114 runter. Ich hätte ihn überhaupt nicht. Können wir mal rein raus, probieren? Ich würde das nicht bringen. Nein, wir müssen ihn wieder hoch fliegen. Verliehen wir 30 Sekunden. Ich dachte, dass er nachher mit 2 Kilowatt mehr lebt. Ich hoffe einfach, dass er stabil bleibt. Ich hoffe einfach, dass er stabil bleibt. Mh, weiter, meint ihr nur, ne? Ich hab schon das Grabe, ne? Nein, nein. Ich hab früher am Tag 10 gekettet, also ohne Probleme. Ja, jetzt ist es heiß. Nur 5 Kilowatt. Neben auch. Neben auch. Neben auch. Was kann man? Was kann man der Monkey? Mh. Bleibt schon wie bei 114, ist ganz okay. Hinten der Beifahrer ist alles weg? Ja, das ist sauber. Hinten der Beifahrer ist alles weg? Ist es ganz so heiß. Was ist da? Ich bin schon mal mit. Es ist so heiß. Es ist so heiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020